Was ist das erste Jahr? Beschreibe kurz und knapp, was müssen wir über Silo wissen oder was weißt du über Silo? Ja, also ich habe in der zweiten Liga gegen Silo gespielt. Silo ist wirklich ein guter Torhüter, keine Frage. Nee, da könnt ihr mir glauben, das ist ein guter Mann. Und auch ein super Typ. Und ich glaube, wir zwei werden uns gegenseitig pushen. Das ist wie letztes Jahr eigentlich und das kann nur gut für die Mannschaft sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.